Das ist nur ein Süddeutschland, aber in Baden wird die Rhein-Tiefebene ebenfalls kultiviert. Dann wird besonders an der Nordrechtsseite von Strecke-Holstein eingedeicht. Wir haben sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermohrt sind oder die Zümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. Es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit den ältesten Zeiten hier im Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten. Sondern man hat Probefachen gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist nämlich ein anderer Ausgangspunkt gewesen. So, das freutend, dass so viele mit dem goldenen Partei am Seite dabei sind. Und Sie Landarbeiter, ja. Wie viele Kinder haben Sie? Drei. Da muss ich mich ja genieren. Wie viele haben Sie? Drei. Drei? Das ist ja gar nicht. Nein, der letzte gar schon was. Eine Wüchsle für die Helga, ja. Komm mal her, Helga. Die Wüchsle ist zuhause, ja. Hallo, ich kann mal vorfahren. So. Und nun kannst du losgehen. Einmal, Rafa. Wie geht's? Gut, danke schön. Ich glaube, da grasst mir einer zuerst das Gelände da hinten ab. Ja, jetzt sehen Sie mal, das ist wie ein... Und ja, mein Cäsar, kommen Sie mich besuchen. Mucki, kommst du mich besuchen, ja? Komm. Ist ordentlich satt geworden, Sie da. Los, schön, spring. Hopp. So ist gut. Na hier, nein, du mal Röndermit. Mutter von sechs Kindern. Mutter von sechs Kindern, das ist tüchtig. Na, da kommen Kinder auch noch. Und eures Dürzen ist, wirst Dürzen voll. Los. Mein Hitler. Ja, der hat meinen hier. Also, das nächste Mal haue ich euch nur den Hintern voll, wenn ihr mal vorbeikommt hier. Mein Hitler, so, Dankeschön. Dankeschön. Ja, die können. Die können mich sogar. So, was denn? Na, alle los, schlöten euch her. So, alle, dann dring ich auf euer Wohl hier. Los. Dankeschön, weil nett von euch. Das ist überhaupt mein bester Hirsch hier. Ich bin die Damen schon gekommen. So. Donnerwetter, da bin ich, da bin ich aber doch sehr gut. Der Röhl ist ein alter Hirscherleferent und wir bekamen ihn ganz gut an dem Tag. Also, das ist natürlich eine Trophäe, wenn man sie jedem anbieten kann. Das ist der beste Hirscherleferent und der hat ja wohl... Da muss man, da muss man, da muss man, da muss man damit voll zufrieden sein. Ich mache eine Trophäe. Ganz alter. Schönen Sie den anderen auch hier? Nein, der ist nicht gut.